Hi, ich bin AmiKF und heute spielen wir eine Mega-Rampe mit 5 YouTubern, mit Ente, Alphastein, ein Primax, Russack und ich würde sagen, wir gehen rein Abfahrt. Leute, ich hink das fest. Leute, let's go. Warte, was geht? Alter, Alphastein, Ente, Russick und AmiKF sind heute unsere Gegner. Was ist das denn? Ich krieg kratzeig schumpfen, Freunde. Ey, ich hab keinen Power-Start gehabt. Wie, Power-Start? Wie bewegt sich mein Fahrzeug? Oh mein Gott, was ist das für eine fette Rampe? Oh mein Gott! Okay, und hier kann man glaube ich nicht richtig Kakerlake machen. Ich glaube, man kann auch nicht richtig... Ich hab Damage bekommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich werde explodieren, ich bin explodiert, Bro. Perfekt, Digga. Das war's doch schon wieder. Hey, wer ist rot! Ey, Bro, das wird richtig schwer, ne? Ja, Leute, wir sind auf dem letzten Platz. Hey, ich bin Vierter! Ich bin dritter! Nein! Nein, 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 nein. Nicht gegen Ende explodieren! Nicht gegen Ende explodieren, bitte! Ey, schau mal bitte! Oh, Sack, raus! Ich werd heute Erster! Ich war so weit! Das war eigentlich sehr gut, dass wir sogar relativ am Anfang explodiert sind, Leute. Rüste! Rüste, Leute! Ey, man kann trotzdem Kakerlaken-Taktik machen, Jungs! Nein! Wieso? Was ist Kakerlaken? Es geht trotzdem! Hier so langsam fahren! Ja, nee, Kakerlaken-Taktik ist... Oh Gott, ich will... Was ist Kakerlaken-Taktik? Ich will einmal wissen! Tschüss, Rosic! Hinter den... Hinter den... Oh, wer ist der hier dem schwarzen Jeep? Sorry, Enter! Oh mein Gott, ich flieg raus, Digga! Oh mein Gott, ich bin... Oh mein Gott, wer ist grün? Bro! Let's go! Ich war der Erste einfach! Ich bin einfach Letzter, Jungs! Nein! Jungs, ich hab meine falsche Tastatur angeschlossen! Ich seh' ich gar nicht mehr! Wo seid ihr, Freunde? Jetzt gibt's eine dicke Sabitation! Nein! Obwohl, nee! Ey, ich geh' für den Win heute! So, wer ist denn der Erste? So, wer ist denn der Erste? Ah, wobei! Guck mal, guck mal, guck mal hier! Wie hat der eine sich sneaken will hier, der Grüne, der Rote! Oh mein Gott! Ich flieg' bitte! Ah! Das war ja... Das war ja gar nicht schlau, mein Lieber! Ey, ich bin so schwer! 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 Ich bin so schwer! Ey, Jungs, wir überhaupt hinfliegen? Können wir fliegen? Hallo! Ich kann fliegen, ja! Oh, let's go! Was ist los, Alfie? Ich bin so schwer! Leute, wir machen ohne Respawn, okay? Wie? Wir machen ohne... Ohne am Anfang Respawn! Ja, okay, 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 okay! Das heißt, weil, äh, kurz zur Erklärung für die Leute, die nicht so oft GTA spielen hier, wenn man Respawn, kann man danach nicht mehr explodieren! Oh mein Gott! Aber wir machen das so, wenn man in den Checkpoint reinfliegt, dann spawnt man nämlich direkt bei der Rampe, also man kann gar nicht failen, man muss dann erstmal so runterfahren! Ja, okay, 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 okay! Okay, okay! Aber kurze Anmerkung an dieser Stelle! Ey, ich bin damit einverstanden, Max! Doch, du bist damit einverstanden! Schafft Alfie überhaupt mit dem Flieger ins Team zu kommen? Ich habe es nicht, meinen Flieger zu kriegen! Ich ziehe den Flieger hoch! Ey, mit einem Numpet! Mit einem Numpet! So schwer ist das Spiel! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alfie einfach der beste Flieger, Fliegflugzeuger! Ich häng mit dem Jet auf dem Boden! Bro, ich häng... Hey! Mann! Die sind ja hier voll, die Noobs, Leute! Bro, ich bin eine halbe Stunde im Blackscreen! Warte mal, welches Auto hast du jetzt noch, Russack? Bro, ich bin... Immer noch den Kamacho, ne? Ich bin vierter Platz, Bro! Oh mein Gott! Ich bin fünster! Alfie ist noch hinter mir, Alfie ist noch schlechter! Ja gut, Alfie ist noch immer noch mein Auto! Okay, jetzt bin ich sogar dritter geworden! Ey, mein Auto! Oh, ich dachte ich explodiere noch! Nein! Oh mein Gott! Erste Abfahrt direkt geschafft! Let's go! Let's go! Endlich! Ich bin kaputt! Endlich! Ich bin kein Auto mehr! Endlich! Wichtig, wichtig, wichtig! Die Frage ist halt, ob Alten überhaupt nach unten kommen! Oh, stark! Ente wieder kaputt gegangen! Wie bin denn Schild da oben? Ente Statement? Was war da los? Bro, ich roll die ganze Zeit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist der Alte! Hä? Was ist bei Alperstein los? Ich weiß es auch nicht! Was ist los, Alfie? Ich fahr wieder in ein Auto! Ey, Max! Ich komm gar nicht hinterher, Digga! Ey! Was ist denn bei dir los, Russik? Bro, ich sag dir wie es ist! Ich dachte, du bist ein Profi in GTA! Das dachte ich auch! Ich bin vierter, Russik! Wieso bist du ein Schleich in GTA? Oh mein Gott! Ey, Max ist schon wieder unten! Bitte, du gehst kaputt, Bro! Russik, warum bist du ein Schleich in GTA? Ja, Max tryhardet einfach so krass heute! Bro, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, warum ich nicht explodiere! Ja, irgendwie, aber auch mit dem davor, mit dem Geländewagen! Nein, Realtalk! Ich hab nicht gespawnt! Bro, ich kann nichts machen gerade in meinem Auto! Ey, Realtalk! Ich mach kein Respawnt! Hey! Wieder erste Abfahrt! Mann, Leute! Ey, bist du auch geflogen mit dem Auto, als du durch Checkpoint gefahren bist? Wir sind überall gespawnt! Ich glaub, ich werd jetzt mal ein bisschen Zeit für ein paar kleine Sabotagen! Bro, wieso auf mich? Wieso auf mich? Russik! BAM! Wieso auf mich? Oh nein, ich hab mich aber gefühlt mir selbst sabotiert, Leute! Bro, wie zugest du denn auf mich, mein Lieber? Ach, Russik! Pupsik! Bist du immer noch auf Fliegen, Russik? Der ist Zweier! Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Hey! Hey! Da spiel dich! Ja, komm nicht! Da muss man doch noch mal eine Runde drehen! Hey, Max, Mann! Ich hab dir nichts getan, Bro! Ich geh zurück in Minecraft! Ja, okay, ich bin mal im Checkpoint! Bro, also mein Auto ist 9! Ja, Mann! Ja, Mann! Aber ich troll jetzt mit! Ich werd jetzt nicht try on! Ich werd jetzt nicht try on! Ich werd jetzt nicht try on! Jetzt bin ich wieder im Auto, Jungs! Lass mal ein bisschen auf Trolling-Bar stehen! Du bist die ganze Zeit gerade gefühlt! Oh Gott! Ja! Oh! 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 Hey, nein! Der ist nicht kaputt! Nein, er schafft, er schafft! Nein! Ich hab so lange Black Screen! Wer ist denn hier in den Blauen? Ich nicht! Ich nicht! Ich nicht! Ich nicht! Zum Schipolän! Ja, weil ich jetzt als nächstes kommen, Bro! Ja, keine Ahnung! Weil ich respawn! Hey, Alfie! Schafft Alfie und Andy behauptet irgendwas? Ey, Alfies Autos... Ich bin so lange im Black Screen! Ich auch! Oh mein Gott! Jungs, ihr seid beide 1 und 2, ne? Also ihr seid Kopf von Koffer eigentlich, oder? Das Auto wirkt sich nicht! Ja, gut! Ich hab jetzt grad meinen ersten Platz aufgegeben, weil ich die ganze Zeit nur sabotiert habe! Ne, ne, ne! Ich bin auch am sabotieren! Okay! Das Auto ist komisch! Aber ich geh jetzt auch zum nächsten Auto, reicht mir! So, der kommt da schon wieder angeflogen! Das Auto ist halt nicht! Vieh angeflogen! Oh Gott, Bro! Wie viel... Ach, Ente! Ente ist dritter! Kurz angetäucht, Ente! Ich bin dritter! Hä? Warte mal! Ja, das ist dritter! Danke, Ente, Bro! Wollt ihr so! Oh, Leute, das nächste Auto wird sehr endlich! Der Ente muss klein gehalten werden, Ente, verstehst du? Ich werd safe! Ich werd safe! Einmal explodieren jetzt! Oh nein! Dieser Wagen, der ist... Ich mag den gar nicht! 100 Pro werd ich jetzt einmal explodieren damit! Oh mein Gott! Also, Jungs, ich komm jetzt langsam wieder an euch ran! Den lang hab ich tatsächlich auch erst den First-Try geschafft! Oh mein Gott, ich werd zu explodieren! Ich werd zu explodieren! Ich werd zu explodieren! Wie hab ich das überlebt, Leute? Okay, was habt ihr für ein Auto? King! Oh, 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 oh! Ich werd ein Blutzeug! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Digga, der ist halt weiter an mir vorbeigeflucht! Oh mein Gott! Oh, das war nix gewesen! Das war nix gewesen hier! Das war nix gewesen hier! Was passiert hier? Hä, du hast mich gerade getroffen?! Ich hab zwei Flüge wie ein Adler! Ich hab zwei Flüge wie ein Adler! Ich hab zwei Flüge wie ein Adler! Bro, du bist doch auch nicht explodiert! Was redest du? Ja, aber ich bin doch gefahren wie ein Weltmeister! Hast du's gesehen? Bro! Oh, das geht, Bro! Geht! Oh! So! Nix ist Auto! Ja! Wie einfach hier... Wie eine Kugel! Wie eine Kugel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, ich hab mich grad fast selber getreut! So, weiter geht's! Ey, Ente, bist du dafür? Ja! Ente, nein! Weg mit dir! Nein, Russi! Ich hab Sportarten! Nein, ich weg mit dir, Digga! So, wichtig! So, bitte! Okay, wer ist denn da unten schön in seinem kleinen roten Geländewagen? So, ich werd jetzt ein... Ey, du mein Vorsprung jetzt, ne? Ich hole jetzt den Vorsprung, so. Ausgewicht, Bro! Ach, Russi, du willst hier aufholen langsam! Ausgewicht, Bro! Und weiter! Vorsicht! Max, ich bin doch der... Nix! Bro! Nix! Nix! Das nächste Auto ist so Boden... Oh mein Gott! Ist das jetzt das nächste Auto MBK? Das ist so bodenlos das nächste Auto, Bro! Was ist das? Das ist so ein... Militärauto, ja! Militärtruck! Ey! Kann mir jemand eigentlich nicht erklären, was Alfie gerade macht? Ich weiß es auch nicht! Okay, Bro, Alfie... Warte mal, du bist auch ein GTA, oder? Ich spiel GTA, wie wir alle! Ich glaub, Alf wahrscheinlich denkt, er spielt Fortnite gerade. Alles außer Minecraft kennt er nicht. Wenn jetzt einer explodiert vorne mit dem Militärtruck, dann ist das richtige Aufholjagd da. Ja, aber Max fährt doch grad grad wieder wie nen Rentner runter! Ja, dann lass mich doch, Junge, ich fahr halt gern wie nen Rentner. Ente, Ente, warte mal, Ente spielt auch mit? Ente, bist du noch da überhaupt? Ja, ich mach dich kaputt jetzt, ich komm mal im Schub zurück! Oh mein Gott. Du bist ja dein Ente, zeig mal! Auf der Kappe! Da bist du, bist du der Grüne, Ente? Ich bin bis jetzt nicht explodiert. Ja, ich bin der Grüne! Ich bin noch gar nicht kaputt gegangen irgendwie die ganze Runde. Leute, wo ist Ente? Ich bin der Grüne! Bro! Ente steckst du! Ente! Oh mein Gott, stark! Oh mein Gott, stark! Oh mein Gott, was? Ich bin explodiert einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer schaff hier. Alter Schwede! Ich bin voll ins Babyhead gekommen, indem wir aber feiern. Let's go! Ich bin heute, ich bin heute on fire. Ich will jetzt mal einen hier richtig nice Bexer rutschieren. Ich auch, ich werd jetzt hier den... Wer ist das hier? Wir nehmen den mit! Wir nehmen ihn! Wir brauchen das jetzt für meinen... Ne, ich hab ihn nicht getroffen. Mach mich! Aber du hast ihn gut zum Drehen gepragt. Ja, aber hier oben... Wo bin ich? Oh mein Gott, ich knall einfach gegen diese gelbe Bande ohne Sinn. Schade. War nicht so ein guter Sabotager. Hä? Magst du auf der falschen Seite einfach mal fliegen? Ach, Digga... Wie fliegt man denn? Okay, du willst hier also den ersten Platz machen oder was? Ich mach den auch heute. Oh mein Gott! Ah! Weiß ich nicht! Digga, ich kann das nicht mehr. Hey! Oh mein Gott, sehr stark! Nein! Alter Schwede! Nein! Wie fliegt man? Ich kann nicht fliegen! Mit Lampe, Digga! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein! Ich hab's genau ausverstanden! Hey, ich bin wieder nicht kaputt! Nein, jetzt fliegt wieder runter! Aber wir musst doch sagen, dieser Kleine, ich hab mich auch grad überschlagen, damit explodiert man gefühlt, nicht? Ja, äh, ja. Alter, oh mein Gott, ich hab mich gefangen, ich hab mich gefangen. Okay, okay. Ihr habt ein kleines Auto, oder was? Ja, ein kleines, ganz klein. NBK ist der, der vorne ist da. Ah, okay. Nur so zur Info, falls du ihn sabotieren willst. Ja, okay, gut. Ja, so. Wie fliegt man runter? Nein! Hey! Was ist das denn hier nicht? Er hat Kakerlake gemacht. Er hat Kakerlake gemacht. Er hat Kakerlake gemacht. Ja! Der, der dreckige. Man hat mich auch um Nicosons Kakerlake. Alter, ich dachte immer, Max ist Kakerlake. MbK Roach. MbK Roach. MbK Roach. Hö, Max, tritt hier durch. So, cheers Roach, Mr. Kakerlake. Mr. MbK Roach. Bist du immer einfach? Ja. Freu dich nicht, dass du viel bist. Freu dich nicht. Oh, ich bin 40. Ich hab dich überholt. Ich bin direkt hinter dir. Ich glaub, das wird jetzt ein Flugzeug-zu-Flugzeug-Troll, den ich immer haben muss. Okay. Ne, 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 warte. Russik. Ja, ja. Russik. Nicht da, Jungs. Ich glaub, Russik will ich langsam aufholen. Ne, ne, Jungs. Da muss man doch hier nochmal... Ah, da vorne seh ich ihn doch, den kleinen. Ich auch. Da muss man doch hier... Ich hab gewonnen. Nein! Schade, schade. War das close. Glückhaft, Glückhaft. Ah, guck mal, Ente. Hallo. Ey. Ente. 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 Ah, nein. Nächstes Auto, Abfahrt. Einfach, ich bin vierter. Nächster, Kickdown, Kickdown, Kickdown. Oh Gott. Ente ist besser als so ein Gitar. Was ist das denn? Er kann doch nicht. Er kann doch Gitar spielen, sonst kann er weg. Achso. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein. Nein, MBK, mach jetzt nicht diesen. Explodiert mal. Ey, explodiert, MBK, explodiert. Das erste Mal. Oh mein Gott. Mox hat's zum Auge gemacht. Ja. Und was habt ihr denn? Nein. Bro, so ein... So ein Militär-Truck. Ja, so ein Militär mit Geschützen und so. Ja, okay, okay, okay. Aber ich sag mal so. Raus mit MBK. Könnt ihr doch auch auf korrekt jetzt explodieren oder nicht? Raus mit MBK. Nee, nee, nee. Ich hätte jetzt... Ich kann kein Gitar. Lern's, Alfie. Ach, Alfie. Ach, Alfie. Du musst aber auch als Minecraft spielen. Guck mal, du hast jetzt die perfekte Zeit, um fliegen zu lernen. Alter Schwede. Ist so schwer. Ist voll einfach. Mit Nantes... Oh nein. Richtig und richtig, Leute. Richtig und richtig. Richtig und richtig. Oh nein. Warte mal. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Rustig. Nein, 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 nein. Flieg aus. Flieg aus. Ich muss die Rampi jetzt wieder hochfahren. Was? Alpha überholt. No. Nein. Ich muss mit so'n Auto jetzt hochfahren. Ent hat einfach Alfie überholt. Das gibt es nicht. Tja, Alfie. Alfie schlecht. Ich kann kein Gitar. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Ey, MBK, du musst ja schon wieder damit mit dem Auto fahren. Ja, ich bin... Ich bin einfach runtergefallen. Ja, ja. Echt jetzt? Ja. Ist Rustig jetzt mittlerweile auf dem zweiten? Ja. Oh. Alter, ihr habt dieses James-Bond-Mobil, ne? Ja, ja. Oder? Ja, ja, ja. Damit muss man sich aber hier so hochfalten. Nein! Oh mein Gott, war das knapp. Oh, komm, 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 komm. Ja, rückwärtsgang. Komm, 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 komm. Nein! Ist gar nicht so einfach, da so hochzufallen. Ja, man muss schon ein bisschen... Oh! Und dann nochmal ein Auto... Oh mein Gott. Oh nein, was ist denn das jetzt für... Oh mein Gott, das war's, Digga. Das war's auch schon wieder komplett. Ey, guck mal, Anton, Alfie, ihr müsst... Ey, wie feucht ihr das Auto? Ohne Respawn, Jungs, ohne Respawn. Wie? Ich flieg wieder rauf. Ich verlasse das Spiel. Ach du Heiliger, ach du Heiliger. Wie, Alfie? Alfie, flieb doch ein bisschen jetzt fliegen, Mann. Alfie, einfach zu schlecht. Alfie, du hast doch jetzt die perfekte Möglichkeit, um zu fahren. Ja! Nein! Doch! Nein! Doch! Du weißt, 1.000 Euro verloren, wenn du jetzt aufgehst. Oh! Das ist doch klar. Ich bin immer um 1.000 Euro. Was? Die würdet ihr nie sehen. Ey! Ich hab kein Geld! Hä? Wir fahren immer Rennen um 1.000 Euro. Aber ich krieg die 1.000 Euro nicht! Alfie! Ja schade, da sieht man wieder... Steck ich in meine Minecraft... Meine Minecraft Welt! Oh Gott, Digga! Bin ich gecrashed mit dem Drecks-Auto. Ey! Ich bin irgendwie irgendwie in den Rennen am Hochfahren. Ah! Alphastein! Was machst du denn du da? Schon wieder nur ein Baby-Legel! Max! Ich komme! Maxi! Oh mein Gott! Bitte, 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 bitte! Ja, 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 ja! Maxi, ich werde dich jetzt rammen! Von hinten! Ja, ramme ich mal mit deinem kleinen Smarter. Jetzt nennt er dich Maxi! Erlaubst du ihm das? Ja, Russik darf das! Okay, Maxi! Ah! Oh mein Gott! Ey, bitte geht's kaputt! Nein, 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 nein! Nein! Ja! Das gibt es doch nicht! Oh mein Gott! Come on, Leute! Come on! Da sieht man einfach wieder, die Rentnertaktik ist bewährt, Leute! Hey! Die Rentnertaktik ist bewährt! Ich war einfach erster Kurz, Digga! Da wird man kurz überholt, aber... Ich habe es doch, Freunde! Ich habe es doch, Freunde! Ich habe es doch, Freunde! Alphastein hat es dann auch unten... Hat es dann auch geschafft, unten anzukommen. Du kommst nicht an, Maxi! Ach, Alfie ist doch am ersten Try, glaube ich, oder? Ich stelle dir vor, du bist so kurz vorm... Hä? Wie komme ich denn ins Ziel? Und Alfie sabotiert dich? Das checke ich jetzt nicht, Leute! Und warte... Rrrrr! Christian, Pupsik! Warte mal! Hä!? Ich muss... Ah, lol! Oh mein Gott, okay. Ich muss jetzt nochmal hoch fahren! Hm. Oh mein Gott, Leute! Nooo. Nice work! Mer actions! Ich muss jetzt wieder hochfahren. Warte, wie? Ist bei dir das Ziel, Max? Nee, noch nicht. Ich muss jetzt erst wieder hochfahren. Ja, ich dachte, aber ist nicht. Ich muss erst hoch und ich glaub dann runter ins Ziel. Let's go. Max ist also kurz umbeenden, Jungs. Jungs, an die Leute, die noch Flugzeuge bekommen. Die beiden hinten. Ja, macht doch jetzt hier mal kein Auge, Leute. Gönnt doch einfach mal... Er hat einen Voltig, ne? Oh mein Gott. Was, Voltig? Rocket Voltig. Ja, mit Boosten-Auto. Max, du kannst doch einfach nur jetzt kurz chillen. Mann, Rustig, du fährst jetzt auch mit 10 kmh runter, Mann. Ich fahr hoch. Was redest du? Ja, aber du bist runtergefahren mit 10 kmh. Was ist denn los mit deinem Smart da? Mann, mein Smart ist kaputt. Das ist ein Smart Brabus. Ja, okay, okay. Ja, ich bin alle nur, Mann. Digga, ich bin beim Hochflögen ausgeflogen, Max. Oh mein Gott. Ey, der ist der Rote! Man muss kontrollieren. Man muss das Fahrzeug kontrollieren. Ja, Max, dein Auto, das ist free. Das ist ein Free-Round. Warum ist das ein Free-Round? Der Camacho, der geht nicht mal kaputt. Das ist so ein Gepanzerter, glaube ich. Nein, du Quatsch, wenn ich damit Falschland explodiere. Nein, probier mal. Nein, ja. Ich kann nicht mehr. Mann, wie clean ich runterfahre hier, Jungs. Nein. Ey, Rustig, was machst du? Wir haben nach oben fahren, Bro. Rustig fährt einfach falsch herum. Schön reingedriftet. Ey, Rustig, Bro. Das gibt es nicht. Mit Spiel. Nur einer. Oh mein Gott. Win, Freunde. Alle abgezogen. Nein. Last Like, du. Was? Digga. Nee. Ich sag mal so, ich werde auf jeden Fall das Ding beenden hier. Ich auch. Warte mal. Wer wird ein Zweiter? Ich und wir. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Wird es Esra Priss, also MK, oder Rosseep? Ah, perfekt. Alle gegeneinander. Ich bin gegen mich selbst. Okay. So, abwart. Jetzt hole ich mir den Rocket. Ich glaube, Rustig ist ja auf dem Zweiten. Rustig wird das Ding machen. Ja, ja, ja. Ich bin auf dem Zweiten ganz entspannt. Rustig wird das Ding machen. Rustig! Ey, Troll, bitte, Rustig, bitte. Ich gehöre noch. Rustig, wo? Rustig, wo? Rustig, ich gebe dir einen Tipp mit dem Auto. Lass einfach rollen. Lass einfach rollen. Mach einfach nichts, nur lass einfach rollen. Immer rein deppen. Einfach schön rein deppen. Ja, immer schön. Immer schön die Rentner-Taktik. Oh. Naja, gib Gas. Deswegen wird es gerade ein bisschen bait werden. Wow. Wow. Kontrollierter Beyblade, damit Max versteht, wieso ich immer die Rampen katastrophal gut beende. Weil ich den Ko... Oh Gott, vergiss es. Ah. Bam. Ja. Sehr wichtig. Oh nein, das ist doch mal spannend. Aber ey. Ich hab... Michael, bitte schaffen es, Michael. Glauben Sie, Michael. Ich auch. Ich auch. Michael ist noch nicht mal oben. Das bedeutet für mich, meine lieben Freunde, ich kann ganz entspannt... Michael, du darfst nichts aufgeben, Michael. Besiegen wir uns sehen. Ich besiege ihn auch. Wie soll er mich besiegen? Mach ihn platt, bitte. Ich besiege ihn. Ich bin so weit weg, also bitte. Ich besiege ihn. Ich bin der einzige, der es schaffen kann, Amber K. Er soll jetzt... Es muss er falsch landen. Amber K. Amber K. Wie soll er falsch landen? Ich... Amber K. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, er kommt. Ich werde ihn nicht trollen. Ich versuche, jetzt reinzukommen. Ciao, Bro. Auf Wiedersehen. Bitte. Ohhhh. Bitte, bitte, bitte. Nein. Du bist nicht durch. Komm schon, wenn ich hier schaffe es. Ich mache es. DJ Alf. Was, DJ? Trollt ihn. DJ Alf. Was? Lass mich in Ruhe. Ich gönne aus Russack auch nicht den zweiten. DJ Alf. Nicht angreifen. Ich bin oben. DJ Alf. Wo bist du? Nicht jetzt angreifen. Also ich meine, sag mal so, meine lieben Damen und Herren. Ich bin du. Nein. Was? Nein. Und jetzt kommt der Timer. Bro. Ja, ich bin eh, ich bin eh dritter. Gib dir zu, ich bin eh dritter. Die, 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 die. Ist doch noch gar kein Dings. Ich bin vierter. Vierter. Bro, bei mir im Auto. Oh mein. Hä? Also, du bist schon flugzurecht. Also, du bist schon flugzurecht. Bin am Checkpoint vorbei geflogen. Nein. Ja. Sehr gut, Ente. Spiel weiter auf Minecraft. Also, wär mal Alfie und... Nein. Am Sabotagefilm beteiligt, wär die Rampe ein bisschen länger gegangen. Ja, also ich check auch nicht, was Ente und Einfachstein die ganze Zeit gemacht haben in der Runde. Aber die sind einfach in den Urlaub. Ja, die sind einfach da gewesen. Bro. Das ist schwer. Das ist nicht schwer. Ja. Ich schicke den Urlaub mit dem Jet. Ente fliegen da. Okay. Ente. Ente fliegen. Ente. 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 Später gab Minecraft Bad Wars. Oh mein Gott. Nein! Nein! Oh mein Gott, ihr seid so schön, das hätte ich mal beenden können. Ente. Oh mein Gott. Ich hab Geldon. In Niere. Ich hab Geldon. putain.